Hallo liebe Web 2.0 User und vielen Dank auch in diesem Monat für viele, viele Fragen. Insbesondere junge Menschen haben nach dem Thema Rente und Zukunft der Rente gefragt. Und ich kann das gut verstehen, denn es wird eine Menge diskutiert in der Politik um die Zukunft des Rentenmodells. Denn die demografische Entwicklung, das Verhältnis von älter werdender Bevölkerung und Arbeitnehmerschaft und Jungen, die die Beiträge aufbringen müssen, ist ein ernstes Thema. Die Politik hat in den letzten Jahren vor allen Dingen mit einem reagiert, nämlich mit Leistungskürzungen und mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Das ist für die Finanzierung der Rentenkasse aus Sicht der Politik vielleicht der richtige Weg. Aus Sicht einer Gewerkschaft gelten andere Maßstäbe. Wir wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hart gearbeitet haben, über 30, 35, 40 Jahre Beiträge bezahlt haben, sicher sein können, dass sie in ihrem Alter nicht in Armut leben müssen, sondern dass sie eine solide und sichere Auskommen im Alter haben. Dazu ist heute erforderlich, dass junge Menschen neben der gesetzlichen Rentenversicherung eben weitere Elemente zur Verfügung gestellt bekommen. Das kann auf der Betriebsebene sein, in betrieblichen Altersversorgungssystemen. Es kann aber auch sein, und das haben wir mit unseren Arbeitgebern vereinbart, im sogenannten Chemiepensionsforum für die Chemiearbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eine Möglichkeit zur privaten Altersvorsorge mit Zusatzbeiträgen und einer guten Rendite eben seine Rente aufzustocken. Beides muss richtig sein. Die richtige Politik, die Gerechtigkeit und solidarisches Miteinander fördert und die Vorsorge auf der privaten Seite. Dafür steht die IG BCE, denn die IG BCE will, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in eine gute und in eine gut ausgestattete Rente gehen.